Mojang arbeitet momentan an einer Oculus Rift Version zu Minecraft. Wann erscheint die fünfte Episode zu Life is Strange? Alison Road hat jetzt eine Kickstarter Kampagne am Start und The Last of Us 2 befindet sich noch gar nicht in der Entwicklung. Was ist da denn los? Das alles jetzt gleich in den News. Nach dem Intro bleibt also dran. Gruselig geht es in dem Horrortitel Alison Road zu. Jetzt sagt ihr Alison Road, das kommt doch bekannt vor. Alison Road ist, wie ich es nenne, der geistige Nachfolger zu P.T., dem Playable Teaser zu Silent Hills, dem Titel, der wahrscheinlich nie erscheinen wird. Jetzt ist auch endlich die Kickstarter Kampagne gestartet. Vor einiger Zeit hat man ja schon gesagt, man würde den Titel gerne über Kickstarter finanzieren lassen. Und ja, diese Kampagne ist jetzt gestartet und es sieht sehr gut aus. Man möchte insgesamt 250.000 Pfund und hat jetzt nach ein paar Tagen schon über 100.000 Pfund bei ungefähr 3.000 Unterstützern dieses Projekts. Hört sich also gut an, beziehungsweise sieht sehr gut aus, dass das Ganze dann auch wirklich funktioniert, dass der Titel dann finanziert wird durch Kickstarter und es sind dann noch 25 Tage. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Geld habt und den Titel oder die Entwickler unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und jetzt noch ein bisschen was zur Story von Alison Road. Wir spielen einen unbekannten Protagonisten, wahrscheinlich ohne Namen und einer, den ich sprechen kann. Hört sich an wie bei Half-Life, ne? Der ist in einem britischen Vorstadthaus und wird da von einer geisterhaften Person gejagt, ist auf der Suche nach seiner Familie und muss innerhalb von fünf Tagen, oder muss fünf Tagen überleben und innerhalb von diesen fünf Tagen dann versuchen, diese Vorgänge zu klären. Und Alison Road orientiert sich so ein bisschen vom Setting, von der Handlung an den Amityville-Morden im Jahre 1974 in New York. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde das Ganze auf jeden Fall mal unterstützen und wenn der Titel dann raus ist, auf jeden Fall auch mal spielen. Wir haben ja schon letztens über The Last of Us 2 gesprochen, jetzt gibt es neue, ja, neue ehrliche Worte und das ist eigentlich mal eine coole Sache, dass man einfach mal offen über das Ganze spricht und wie es aussieht, einfach mal den Stand oder den aktuellen Stand der Dinge so durchgibt. Und das hat jetzt Creative Director Neil Druckmann von Entwickler Naughty Dog gemacht. Der hat jetzt mal Klartext geredet und das finde ich in der Spielebranche immer sehr schön, wenn es auch mal klare Worte gibt. Vor einiger Zeit war es ja so oder vor einigen Tagen, vor einigen Wochen hat ja ein Mitarbeiter innerhalb eines Livestreams zu der Uncharted-Collection sich so ein bisschen verplappert zu The Last of Us 2. Außerdem hatte Nolan North, der Synchronsprecher vom Protagonisten aus Uncharted, gesagt, ja, ein The Last of Us 2 befindet sich in der Entwicklung. Neil Druckmann hat dann jetzt mal gesagt, wie es wirklich ist und ich habe für euch ein interessantes Zitat. Ich muss sagen, dass es etwas überraschend für uns war, also dass Nolan North das dann so bekannt gegeben hat, dass er das gesagt hat. Ich dachte mir nur, oh, er weiß mehr als wir über das, was wir als nächstes machen. Wir haben während der Dreharbeiten danach darüber gelacht. Ja, jetzt werden natürlich oder jetzt können bald wieder Ideen gesammelt werden, denn Neil Druckmann ist einer der kreativen Köpfe hinter The Last of Us 1 gewesen, aber momentan ist er an der Entwicklung von Uncharted 4 beteiligt. Das heißt, er hat schlicht gar keine Zeit für The Last of Us 2. Aber Uncharted 4 erscheint jetzt schon am 18. März und danach kann man endlich richtig Ideen sammeln und sich mal weitere Gedanken zu einem zweiten Teil von The Last of Us machen oder The Last of Us, wie auch immer. Bin mal gespannt, aber ich glaube, es sieht gut aus, aber es könnte noch ein bisschen dauern, aber ein bisschen Zeit lassen kann man sich eigentlich. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn die sich für The Last of Us 1 so ein bisschen mehr Zeit lassen. Oder? Wir haben ja genug Zeit. Nicht immer, aber nein. Wann erscheint denn jetzt endlich die fünfte Episode zu dem Episoden-Adventure Life is Strange Polarized? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber vor einigen Tagen hat sich Luke Bagadoust, ein wunderschöner Name von Square Enix, zu Wort gemeldet und gesagt, es wird wahrscheinlich der 20. Oktober 2015 sein. Das heißt allerdings, dass man wirklich auf die fünfte Episode am längsten warten muss. Aber das liegt auch daran, dass die Entwickler da wirklich eine super Episode abliefern wollen und da muss man auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem ist es dann auch wirklich die letzte Episode der ersten Staffel, wenn es denn eine zweite geben wird. Denn es gab jetzt auch so Gerüchte, dass es vielleicht mehr Episoden gibt, vielleicht sogar acht Episoden, aber damit ist es eigentlich mehr oder weniger aus der Welt geschafft worden. Außerdem bedankt er sich für den Support und für die äußerst positive Resonanz seitens der Community. Dem kann ich mich nur anschließen, ist aber auch ein super sympathischer Entwickler und natürlich ein tolles Spiel. Minecraft für die VR-Brille Oculus Rift. Ein Traum für die meisten, wobei mittlerweile funktioniert das Ganze schon und zwar durch Mods seitens der Community. Die beliebteste Mod dabei ist Minecraft. Das Wortspiel versteht ihr ja wahrscheinlich gerade, oder? Oculus Rift, Minecraft, Minecraft. Finde ich auf jeden Fall sehr einfallsreich. Allerdings gibt es bald bzw. Anfang des nächsten Jahres dann auch eine offizielle Minecraft-Version für die VR-Brille von Oculus. Das haben nämlich jetzt Microsoft und Oculus bekannt gegeben, dass Mojang, das Entwicklerstudio hinter Minecraft, dass die momentan an so einer Version arbeiten. Übrigens Oculus Rift bzw. das VR-Headset von Oculus wird ungefähr 300 Dollar kosten und es wird dann möglich sein, die Minecraft-Version unter anderem mit einem Xbox One-Controller zu steuern, aber auch mit den Oculus Touch-Geräten, die dann etwas später im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Außerdem wird es wohl sogar von Oculus Rift eine eigene Spiele-Plattform in Richtung Origin, Uplay, Steam geben und ich stelle mir sehr cool vor, wenn man dann diese Brille anhat und dann sieht man diese Spiele-Plattform vor sich, wo man nicht nur Spiele sieht, sondern auch seine ganzen Freundschaftsanfragen oder Freunde, seine Freundeslisten verwalten kann und auch spezielle Event-Angebote sieht. Eine coole Sache. Ist das die Zukunft? Haut's mal in die Kommentare und wir gehen zur Abmoderation. Ja, da sind wir schon wieder am Ende der heutigen News-Ausgabe. Auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Unterstützen, vielleicht mal einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, euch ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß an den freien Tagen und dann sieht man sich vielleicht in der nächsten Woche wieder, vielleicht ja am Mittwoch am 30.09. um 20 Uhr bei einem Geheim-Projekt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich auch. Bis dann. Ciao. Gruselig geht es in dem Horrorspiel Amity... Scheiße. Allison. Gruselig geht es in Amity... In Allison Road, Amity... Ja, guten Tag. Danke.